Das Pflegeheim Christoph Buchen in Langendorf, das ist mehr als ein Pflegeheim. In liebevoll gestalteten Häusern mit wohnlichen Zimmern und attraktiven Treffpunkten verbringen mehr als 100 Bewohner einen umsorgten, abwechslungsreichen Pflegeabend. Rund 70 Mitarbeiter sorgen im Heim Christoph Buchen herzlich, liebevoll und professionell für das körperliche, seelische und leibliche Wohl der Heimbewohner. Ihr Anliegen ist es, jeden einzelnen Bewohner in Würde und Achtung zu behandeln und alle Bedürfnisse zu erfüllen. Darüber hinaus sorgen die Mitarbeiter für eine abwechslungsreiche Freizeit. In direkter Nachbarschaft bietet die Einrichtung auch Behinderten ein Heim. In drei Häusern werden 45 behinderte Menschen betreut oder dabei begleitet, das selbstständige Wohnen zu erlernen. Zehn Tagesgäste im Betreuungszentrum erhalten tagsüber eine spezielle behindertengerechte Betreuung und Förderung mit viel Spaß und immer neuen Ideen. Das Pflegeheim und Betreuungszentrum Christoph Buchen. Herzliches Miteinander, professionelle Pflege und viel Menschlichkeit.